Wurde gestern über Instagram von einem Rapper bedroht. Ist nur ein kleiner Ausschnitt von einem ca. einstündigen Chatverlauf. Bringe das natürlich zur Anzeige, weil mir unter anderem damit gedroht wurde, mich abzustechen und mich umzubringen. Was? Ich werde dich ficken. Halt deine Backen. Stechen. Ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du so ein Bullshit schreibst. Wirst du. Kindergarten, mehr ist das nicht. Du wirst mich ernst nehmen bei Gott. Ich nehme dich ernst, wenn du einen vernünftigen Umgangston an den Tag legst. Der gute Umgangston. Ist das ein Gag wegen Unge? Umgangston an den Tag legst. Kleiner YouTuber, der auf Komiker macht. Hahaha, Junge, sowas kannst du dir komplett sparen. Papa, du hast das so abgehoben, seitdem du Musik machst. Du Wichser, Alter. Bro. Wer ist das? Es ist ein sehr kurzer Name, oder? Wenn das Flair ist, heulich. Das ist 100% Flair. Bei IBK ging ja auch schon so eine 10k Kopfgeld-Instagram-Story durch. Bro. What the fuck, Alter. Bro, 2021 ist ein crazy Jahr, Bruder. Das ist wirklich ein sehr, sehr wildes Jahr, Digga. Digga. Ist es wirklich immer noch cool, so YouTuber dafür zu fronten, dass sie YouTuber sind? Ist es immer noch ein Ding? Bro, so, hä? Cringe, Alter.